Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal keine Chartanalyse, heute keine News, heute geht es um das Thema Copy Trading. Ich habe euch ja schon mal die Plattform PrimeXPT angeteasert, beziehungsweise schon mal komplett vorgestellt, was es dort alles gibt, dass ihr Forex traden könnt, ihr könnt im Endeffekt Aktienmärkte traden und natürlich auch Krypto. Heute schauen wir uns nochmal ganz genau das Thema Copy Trading an und bei diesem Copy Trading Video jetzt werde ich selber mal Geld investieren. Wir werden uns zwei Copy Trader raussuchen, warum ich die ausgewählt habe und warum nicht andere. Schauen wir uns alles jetzt in einem heutigen Video an. Dieses Video wird im Endeffekt ein Zweiteiler. Ich schneide es dann so zusammen, dass wir eine Woche, zwei Wochen später dann die Ergebnisse haben, damit ihr es dann einfach seht, okay, was ist aus meinen 200 Dollar oder was auch immer ich jetzt dann investiere geworden. Deswegen würde ich sagen, starten wir direkt durch. Wer noch keinen Account bei PrimeXPT hat, unten in der Videobeschreibung ist der Link dazu. Kann ich euch nur empfehlen, vor allem wenn ihr noch Aktienmärkte etc. traden wollt. So, jetzt zum Thema Copy Trading. Und zwar, im Endeffekt alles easy erklärt. Ihr könnt hier oben erst einmal euer Rating einstellen. Welche Währung wollt ihr überhaupt Copy Trading? Ihr könnt BTC, Ethereum, USDT, USDC und COV, also COV Vesting ist der Coin von PrimeXPT. Den schauen wir uns jetzt auch mal ganz kurz in der Chartanalyse an, bevor wir jetzt da näher drauf eingehen. Klar, Downtrend, aber im Endeffekt PrimeXPT ist eine, sag ich mal, wachsende Plattform, die monatlich immer, immer mehr Mitglieder, sag ich mal, gewinnt, beziehungsweise auch immer weiter sich ausbaut, auch von den ganzen Coins. Es werden ja täglich oder, ich sag mal, wöchentlich ein Haufen neue Altcoins dort gelistet. Deswegen ist vielleicht dieser COV-Token gar nicht so verkehrt, vielleicht auch mit in sein Portfolio einzubauen, vor allem bei solchen Kursen. Klar, ihr kennt es, Altcoins sind risikoreich. Trotzdem, wenn ihr PrimeXPT nutzt, habt ihr auch natürlich mit diesem COV-Token auch noch ein paar Vorteile. Darauf gehen wir auch gleich nochmal an. Auf jeden Fall, dann könnt ihr noch gucken, wie viel Prozent wollt ihr filtern. Das heißt, wie viel sollen diese Copy Trader mindestens schon Gewinn gemacht haben. Ich habe jetzt einfach mal größer als 50 Prozent ausgewählt, einfach um auch mal vielleicht ein paar ältere mit in das Boot zu nehmen und nicht erst neue, die jetzt vielleicht mal Glück hatten und so. Das ist mir persönlich sehr wichtig. Dann natürlich, wie viel Prozent haben die heute gemacht? Da war es mir eigentlich relativ egal, weil mir geht es um die Gesamtzeit. Dann aktive Tage, habe ich mehr als 30 genommen, weil ich auch hier ein bisschen rausfiltern wollte. Jetzt nicht die aktuellsten, neuesten, sondern auch schon die etwas länger ihr Handwerk, sage ich mal, verstehen beziehungsweise schon länger auch bei PrimeXPT Copy Traden machen. Und Anhänger, das interessiert mich eigentlich reichlich wenig. Ob da vier Leute folgen, ob da hundert Leute folgen, ist mir eigentlich relativ wurscht, um es ganz deutlich zu sagen. Ja, welche habe ich mir denn jetzt rausgesucht? Einerseits Golden Strategy. Einmal, weil man hier mit USDT Copy Traden kann. Das heißt, ihr hinterlegt USDT. Schauen wir uns das gleich nochmal ganz genau an. Hier unten seht ihr dann den Gewinn auch nochmal insgesamt. Dann in den letzten 24 Stunden, 7 Tagen, 30 Tagen und All. Also insgesamt dann nochmal. Und da war mir wichtig, um nochmal ganz kurz zurückzugehen. Ihr seht hier bei der Leistung in den letzten Tagen auf jeden Fall, dass ich hier wenig getan habe. Also es wird hier kaum getradet bei vielen Leuten. Natürlich in der Marktphase ist es nochmal ein bisschen schwerer. Aber mir war es halt jetzt wichtig, jemanden zu haben. Beziehungsweise wird es jetzt wichtig sein, der auch in den letzten Tagen oder Wochen auch in so einer Marktphase getradet hat. Deswegen habe ich mich einerseits für Golden Strategy entschieden. Insgesamt 54% plus. Heute schon 4,15% plus. Also für passives Einkommen ist es vielleicht nicht verkehrt. Deswegen teste ich das jetzt einfach mal. Dann schauen wir uns mal an. Unten noch die Gewinnverteilung. Auch wichtig natürlich. Also Standard kriegt der Follower 60%, die Plattform 20% und der Manager. Also es heißt der Copy Trader 20%. Es heißt 60% von dem Gewinn, den der Copy Trader für euch erzielt, den könnt ihr auf jeden Fall behalten. Dann gibt es noch Advanced, Premium und Elite. So und da klicken wir jetzt mal auf dieses Steigern Sie Ihre Gewinne mit Koff. Das ist nämlich das, was ich jetzt gemeint habe. Wenn ihr Koff bei PrimeXBT kauft, beziehungsweise dorthin erlegt, dann seht ihr hier, ändert sich euer Status. Das heißt, ihr kriegt einen Yieldschub, also Zinsen in Höhe von 1,25x bis 2x, wenn ihr 20.000 Dollar in Koff habt oder nur 250 Dollar in Koff. Und 250 Dollar in Koff ist jetzt ehrlich gesagt nicht viel, wenn man zum Beispiel an das Projekt glaubt oder beziehungsweise auch an die Plattform. Dann kriegt ihr auch noch ein individuelles Verfolgungslimit. 10.000, 15.000 unbegrenzt, Handelsgebührenrabatt 10%, 20%, 30%, die Erfolgsbeteiligung 20%. Also ihr seht schon, ihr habt da einige Vorteile, wenn ihr das jetzt zum Beispiel machen müsst. Fürs jetzige Projekt, sage ich mal, reicht uns das jetzt erstmal, wenn wir ganz normal mit Standard machen. Wenn ihr dann mal ein Gefühl dafür bekommen habt oder das ein bisschen länger getestet habt, dann könnt ihr natürlich das auch mal wirklich ausprobieren und wirklich mal Koff hinterlegen. Dann seht ihr auch, Follower kriegt dann 65%, 70% oder sogar 75%. Also da seht ihr schon, es würde sich eventuell sogar lohnen, je nachdem mit welchen Beträgen ihr da einsteigt. Wir testen das jetzt einfach mal mit einem geringen Betrag. Schauen wir uns jetzt noch die Rentabilität an. Nach Monaten ist ein neuer Trader, hat im April Minus gemacht, diesen Monat schon 57% plus. Und das in so einem schwachen Monat, sage ich jetzt einfach mal. Also deswegen habe ich mich einerseits hierfür entschieden. Im Endeffekt müssen wir dann nur auf Folgen klicken, das können wir dann überlesen im Endeffekt. Und was ihr hier nur für ihn braucht, der Mindestinvestitionsbetrag beträgt 50 US-Dollar. Ich werde mir das jetzt einteilen. Einerseits hier 100 Dollar reinstecken und dann nochmal, wo haben wir denn, wen wollte ich noch machen? Genau die FX-Sculpers. Können wir uns auch nochmal ein bisschen näher angucken. Hierfür brauchen wir BTC, auch All von Februar sieht wirklich gut aus. Ach so, dieser Kursverlauf steigende Gewinne, sage ich jetzt mal. Keine krassen Einbrüche. Auch hier Gewinnverteilung 60, 65, 70, 75. Das ist immer so ziemlich das Gleiche. Und dann schauen wir uns auch hier nochmal die Verteilung nach Monaten an. Klar, wir hatten hier erst 30. Aber weiterhin positiv, das ist wichtig. Und nach Tagen sieht es hier eigentlich auch ganz gut aus. Deswegen testen wir mal lieber zwei, bevor wir jetzt All-Innen eingehen. Lieber auch hier ein bisschen diversifizieren. Das gilt genauso beim Trading-Portfolio bzw. beim HODL-Portfolio. Was man hier unten auch noch sieht, sind die ganzen Trades, die vorher gemacht wurden. Viel Deriviate-Trades, GPP, japanischer, was weiß ich. Ihr wisst schon, was ich meine. Also ist vielleicht auch mal was ganz Gutes. Nicht immer nur Krypto zu traden, sondern auch mal jemanden zu folgen, der zum Beispiel Forex tradet. Forex, wer es kann, Respekt. Habe ich mich noch nicht dran getraut. Vielleicht irgendwann mal. Auf jeden Fall werden wir uns jetzt dann im nächsten Video, bzw. das Video wird dann hinten dran gehängt. Schauen wir uns es dann jetzt an. Was habe ich so nach einer Woche, zwei Wochen draus gemacht. Ansonsten wünscht mir auf jeden Fall viel Glück. Wir schauen uns es dann jetzt, wie gesagt, gleich nochmal an, was draus geworden ist. Und wer noch keinen Account hat, unten in der Videobeschreibung einfach mal angucken. Aber wartet auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das Ende vom Video ab. Was haben wir gemacht? Und hoffen wir einfach, dass es gut ausgegangen ist. Bis dann. Ciao, ciao. Stay Krypto. Herzlich willkommen zurück. Vier oder fünf Wochen Test liegen jetzt hinter mir. Ich habe jetzt ausführlich PrimeXPT, das Copy Trading getestet. Und ich muss sagen, ich bin positiv überrascht, wie einfach es ist. Welche Fehler habe ich jetzt begangen? Weil es sind dann doch ein paar Sachen gekommen. Also ich muss sagen, wir hatten ja das Budget 200 US-Dollar, haben wir gesagt, investieren wir. 100 investiere ich in den, 100 investiere ich in den. Hat sich dann doch geändert, weil einfach die Marktlage es nicht hergegeben hat. Also wir hatten viele, viele Trader, die ich auf dem Zettel hatte im Endeffekt. Die dann im Endeffekt in den drei, vier Wochen überhaupt nicht getradet haben. Deswegen musste ich immer ein bisschen umswitchen. Hab dann, muss ich dazu sagen, nochmal einen größeren Fehler dazu gemacht. Kommen wir jetzt gleich nochmal drauf zu sprechen. Doch wie viel habe ich jetzt überhaupt gemacht? Was waren die Fehler? Was auf was müsst ihr jetzt drauf achten, wenn ihr das macht? Und ganz wichtig, wenn ihr Bock habt, es werden 5x50 US-Dollar, 5x100 US-Dollar und 5x150 US-Dollar verlost. Was ihr dafür tun müsst, einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Wenn ihr Bock habt zu gewinnen und es einfach mal selber dann zu testen, verschenken wir mit PrimeXBT hier im Gesamtwert von, keine Ahnung, irgendwie knapp 1000 US-Dollar. Ich glaube sogar mehr als 1000 US-Dollar. Verschenken wir jetzt einfach mal unten einfach in die Kommentare reinschreiben, warum ihr gewinnen wollt, ob ihr überhaupt gewinnen wollt. Einfach einen Kommentar unten ranlassen. Mehr müsst ihr gar nicht tun. Ansonsten, dann schauen wir mal auf den Blick der Wahrheit, gehen hier in das Portfolio rein und ihr könnt sehen, es ist mittelmäßig gelaufen. Gut für die Marktphase, wir sind in der Zeit glaube ich nochmal 30-40% nach unten hingedammt. Muss ich sagen, bin ich aber zufrieden. Der größte Fehler war in Big Money zu investieren. Muss man dazu sagen, das war auch wirklich reine Zockerei. Und ich habe ja gesagt, ich habe ein paar Fehler gemacht. Der erste Fehler war einfach kein Stop-Loss zu setzen. Und Leute, setzt euren Stop-Loss da rein, weil im Endeffekt ihr vertraut euer Geld fremden Personen an, die ihr nicht kennt. Und ich habe mich hier kurzzeitig für Big Money entschieden, einfach aus dem Grund. Er war relativ neu, also ich glaube der Typ war glaube ich 10, 20 Tage erst aktiv. Und ich habe ja von vornherein gesagt, Leute, investiert eher in Leute, die schon viel, viel länger aktiv sind, damit ihr noch ein bisschen mehr Eigen-Research machen könnt und gucken, okay, wie ist es so vorgelaufen. Das war dann hier wirklich reine Zockerei. War auch der Grund, warum ich hier 41 Dollar verloren habe. Aus dem Grund, ich habe kein Stop-Loss-Gesetz, würde ich nie wieder machen. Aber ich sage jetzt einfach mal, für das, was ich euch gesagt habe, was ihr achten solltet, war das einfach mein Fehler. Dann habe ich noch in Ron Root investiert. Da ist es ganz gut gelaufen. Also da sind wir momentan 25% im Plus. Heißt, wir sind von den 40 Dollar nur noch insgesamt 15 Dollar im Minus. Heißt, ich bin eigentlich da komplett zufrieden. Aber auch hier, wenn ihr raufklickt, könnt ihr euch mal das angucken. Wir hatten diesen Crash, da war es kurzzeitig 50% im Minus. Hat sich dann aber innerhalb kürzester Zeit wieder recovered. Also hier sieht man dann auch, die Leute können auch mit 40, 50% Minus das alles wieder recovern. Das heißt, ihr braucht nur einfach einen richtigen Trader. Stop-Loss habe ich hier nicht eingestellt. Werde ich aber jetzt dann auch machen. Und auch mal teilweise Profite mitnehmen. Ihr seht es hier unten, 60% Gewinnbeteiligung sind meins. 20% kriegt der Manager, 20% die Plattform. Also ist alles ganz gut aufgeschlüsselt. War auf jeden Fall hier gut. Ich werde auch hier weiterhin drinbleiben. Werde sogar mein Invest insgesamt auf 1000 Dollar nochmal erhöhen. Um das dann einfach nochmal ein bisschen passiv weiterlaufen zu lassen. Also ich bin hier echt zufrieden. Muss ich sagen, auch klar, diese 40 Dollar war mein Fehler. Gehört zum Lernprozess dazu. Ich habe vorher noch nie Copy Trading gemacht. Dafür bin ich aber echt zufrieden. Und wen ich dann auch noch gewählt habe, ist PA Swing Trade. Können wir dann auch mal angucken. War eigentlich über die ganze Zeit immer relativ gut. Das ist jetzt ein wenig komisch dargestellt. Das ist auf jeden Fall schon länger. Der Trade ist auf jeden Fall schon ewig. Nur hier ist mehr auf Swing Trade. So wie der Name das schon sagt. Mehr auf Swing Trade ausgelegt. Das heißt, hier müsst ihr wirklich längerfristig dran denken. Also hier nicht nach ein, zwei Wochen denken, okay, ihr seid jetzt hier 100% im Plus. Kann passieren. Ist auch so in der Vergangenheit öfters bei denen so gewesen. Aber natürlich jetzt nicht, sag ich mal, innerhalb kürzester Zeit vor. Deswegen, also hier seht ihr so den Verlauf. Die letzten Tage, auch hier hatten wir kurz mal 1,54%. Also ihr seht, es gibt konstante Trader, die zwar dann auch längere Zeit im Minus sind. Aber dann auch aus diesen Swing Trades dann auch wieder deutlich, deutlich mehr Profite ziehen können. Deswegen, kleines Fazit schon mal. Aber ich bin auf jeden Fall mega, mega zufrieden davon. Ich werde es weiter nutzen. Wie gesagt, ich werde mein Investment auf ungefähr 1000 US-Dollar nochmal hochschrauben. Werde dann aber auch nochmal viel, viel genauer nochmal mir die Trader raussuchen. Wobei ich jetzt mit diesen zwei wirklich zufrieden bin. Aber ich sag mal so, mehr als 100, vielleicht 200 Dollar werde ich nicht pro Copy Trader investieren. Einfach um das auch hier ein bisschen zu diversifizieren. Es gibt gute, es gibt schlechte. Habt ihr jetzt an meinem Beispiel gesehen. Ist vielleicht auch ganz gut, dass ihr das jetzt an meinem Beispiel gesehen habt. Einfach aufgrund dessen, ihr könnt aus meinen Fehlern lernen. Vielleicht nicht verkehrt. Und was ich dann euch auch noch ans Herz legen kann, sind eben diese COV-Token. Also Covesting Token, mit denen ihr dann auch nochmal mehr Prozente dann halt kriegt. Also ihr seht es ja hier ganz unten. Advanced 250 US-Dollar habe ich euch ja schon erklärt. In COV-Token kriegt ein Yield-Schub. Ihr kriegt Eintrittspreisermäßigung. Ihr kriegt Erfolgsbeteiligung mehr. Das werde ich mir auch holen. Auch weil ich mir vorstellen kann, PrimeXPT wird im Copy Trading immer, immer mehr machen. Es ist eine Bombenplattform. Es ist easy zu verstehen. Es ist alles sehr transparent gestaltet. Es ist wirklich easy, auch mit dem Stop-Loss und sowas. Wirklich gut. Ihr kommt an euer Geld. Da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Deswegen schaut euch einfach mal den COV-Token. Auch auf CoinMarketCap an ist auch ein Low-Cap-Token. Also ihr seht hier, 2,3 Millionen MarketCap ist nichts. Ihr könnt den Token bei KuCoin kaufen. Schauen wir uns mal alle Märkte an. Eigentlich nur KuCoin und Uniswap. KuCoin reicht aber vollkommen aus, meines Erachtens nach. Deswegen schaut es euch einfach an. Link zu PrimeXPT ist unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr euch anmelden wollt, gerne unten unter meinen Link. Da kriegt ihr dann auch nochmal Rabatt. Wie gesagt, ihr könnt euch noch, wenn ihr Bock habt, unten in die Kommentare was reinschreiben. Dann verlosen wir nochmal einen Haufen Free Dollars, wo ihr es dann ausprobieren könnt. Also wie gesagt, positives Fazit. Ich kann es weiterempfehlen. Auch wenn wir jetzt momentan noch knapp 20 Dollar oder 15 Dollar im Minus sind. Aber ganz ehrlich, für die letzten 3-4 Wochen, was am Markt abgegangen ist, bin ich da echt zufrieden. Wie gesagt, schaut euch hier einfach mal die Trader durch. Ich habe jetzt nur USDT gemacht. Nächster Step, was ich auch gesagt habe, okay, ich werde mal 200 Dollar in BTC auch einzahlen. Einfach um noch ein paar andere Trader hier zu testen. Zum Beispiel Fractals habe ich auf dem Schirm. Problem auch hier, hat sich lange, lange nichts getan. Das ist halt immer so das Ding. Gut, kommt halt auf die Trader an. Gibt es irgendwie momentan was. Aber gut, wie gesagt, positives Fazit. Schaut es euch gerne an. Link unten in der Videobeschreibung. Wirklich alles echt easy gehalten. Bin wirklich hier top zufrieden damit, wie das alles funktioniert hat. Wichtig, setzt euren Stop Loss. Investiert nicht euer komplettes Kapital da rein. Setzt euch echt ein Limit, so wie ich es jetzt mache. 1.000 US-Dollar kann man da mal drin lassen. Auf 4, 5 Copy Trader, sage ich mal, verteilen. Damit minimiert ihr, sage ich mal, das Risiko bei einem jetzt. Es war auch ein Fehler im Endeffekt, wenn man so sagt, okay, man geht jetzt hier auf 2 Copy Trader mit 200 US-Dollar. War vielleicht jetzt nicht so gut. Aber gut, bei 1.000 US-Dollar 5, 6 Copy Trader. Einfach mal um Sicherheit ein paar auszutesten. Aber dann filtert euch die wirklich raus. Länger als 30 Tage aktiv. Wie viel Eigenkapital. Wie viel Gewinn haben die auch gemacht. Und dann mal so auch gucken, jetzt die letzten 3-4 Wochen, perfekter Zeitpunkt eigentlich. Und mal zu gucken, wie kommen die Leute mit solchen Marktphasen zurecht. Klappt es? Ah, doch deutliches Minus. Können die einfach nur Bullenmärkte nach oben hin traden, was gefühlt, sage ich mal, jetzt fast jeder kann. Oder können die auch in einem Bärenmarkt Profite machen. Also schaut es euch gerne an. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne dem Video ein Like da. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Link ist unten in der Videobeschreibung, wenn ihr Bock habt zu gewinnen. Einfach einen Kommentar unten ranlassen. Ich bedanke mich bei euch. Ich hoffe, das Video hat euch so gefallen. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin. Ciao, ciao. Stay Crypto.